Gibt es noch weitere Kommentare? Achso. Da. Ah, okay. Weitere Kommentare. Wir können noch 10, 15 Minuten Diskussion machen, wenn Maha das möchte. Ja, gern. Die anderen Talks dürften jetzt anfangen. Ich würde sagen, so eine Minute geben wir den Leuten zum Rauskommen. Und hier ist eine Stunde Pause. Also, wenn er noch Diskussion machen möchte, kann er das gerne tun? Ähm, was? Warte mal, was könnte man dann effektiv dagegen tun, gegen dieses Problem? Gibt es da irgendwelche Möglichkeiten, sinnvollere, außer die Netzsperre? Ich habe es nicht gerade verstanden. Wartet mal, wartet mal so eine Minute, bis sich das hier ein bisschen gesetzt hat. Oder kommt einfach nach vorne und redet mit Martin direkt. Ansonsten bitte ich noch mal um einen Applaus für Martin Hase. Dann gebe ich die Reden. Dann gebe ich die Reden. Danke.